einen wunderschönen guten Abend meine Freunde und dankeschön dass ihr wieder eingeschaltet habt und zwar ganz kurz ich werde morgen einen Livestream starten zusätzlich um zwar um ungefähr halb 8 um 17.30 Uhr schreibe ich nochmal den Titel rein 17.30 Uhr sehr wahrscheinlich werde ich entweder Alien Isolation oder The Solos Project spielen ich werde ganz spontan im Steam entscheiden im Steam entscheiden ich werde wahrscheinlich dort eine kurze Abend fragen so wer hat Bock auf das und wer hat Bock auf das und je nachdem das werde ich spielen ich hoffe ein paar von euch werden da sein ein zwei drei Stunden gemütlich ein bisschen zocken und das war es auch schon das wollte ich nur kurz sagen ich hoffe ihr seid am Start oder ein paar von euch und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend haltet die Ohren steif euer Nier und ciao